Und damit Hallihallo und Herzlich Willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet zu dieser kleinen News. Es ist gestern was passiert, es wurden gleich zwei neue Hamburg Highlights gesichtet und angeteasert, unter anderem eine kostenlose Erweiterung für die Karte Hamburg Hafen City und ein neuer DNC ist unterwegs von Darius Bode. Das und mehr erfahrt ihr jetzt hier in den News. Erst wurde gestern die kostenlose Erweiterung von Hamburg Hafen City vorgestellt, unter anderem mit Bilder. Hier ist ein neuer Betriebshof, jetzt erhältlich einer Streckenabschnitt namens City Nord kommt dazu und ein neues KI-Fahrzeug genannt Mule wird alles jetzt in ein kostenloses Update nachgereicht. Wann das Ganze soweit ist, wissen wir noch nicht, aber so wie das Ganze ausschaut, sieht schon sehr demnächst aus, wenn wir uns da mal so die ganzen Bilder angucken. Wir halten euch dementsprechend natürlich weiterhin auf dem Laufenden, wie es da auf jeden Fall weitergeht. Das nächste, worüber wir uns unterhalten müssen, ist natürlich der E-Bus, der jetzt für Hamburg angekündigt wurde oder der neue DNC, der nennt sich E-Bus Hamburg, der unter anderem ein neues 2019er Innendesign erhält, hoch aufgelöstes Modell mit 4K-Texturen, realistisches Hochvoltsystem, Power- und Sock-Anzeige, animierte Fahrgast-Innenanzeige, funktionsfähiges System PVS für Fahrgäste, Kurvenlicht- und Lichtautomatik, zahlreiche realistische Lackierungen, Templates für eigene Werbung, einsatzfähig auf allen um sie zwei Maps, 44 neue Sounds, alle Funktionen angepasst wie E-Türen, Kompressor, elektrisches Servo, Klima, SOS-Beleuchtung und mehr. Ideale Ergänzung für Hamburg HafenCity, Batterien realitätsgetreu aufladen, interaktive PVS-Fahreranzeige und versuchen sie energiesparend zu fahren. Hier gibt es aber eine neue Vorsicht, denn dieser Bus hat eine breite Vorderachse und hohen Schwerpunkt. Wir packen euch den Link von der Website unten in die Videobeschreibung mit rein, da könnt ihr euch das Ganze ja direkt mal angucken. Es war auf jeden Fall sehr interessant, ich habe gestern noch Darius Bode dementsprechend angeschrieben, weil ich ja noch ein bisschen überrascht war, vor zwei Wochen erster Release vom Busmechanik-Simulator. Jetzt ist es aber soweit, diese DLCs kommen auf jeden Fall oder dieser DLC kommt jetzt demnächst. Wann genau, wissen wir noch nicht. Haben wir leider keine Auskunft bekommen, aber wir halten euch dementsprechend natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Und wie gesagt, Hamburg HafenCity, jetzt auch wie gesagt eine kostenlose Erweiterung, ist eigentlich eine relativ coole Sache. Was hattet ihr von dem Ganzen? Schreibt es unten in den Kommentaren, mich würde das mal brennend interessieren und das soll es auch schon gewesen sein. Wir sehen uns aber am Sonntag zu der richtigen News hier wieder und vielleicht haben wir bis dahin schon wieder neue Informationen. Ich bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.